Ich habe noch immer keine Rührschüssel. Kann ich was anderes nehmen? Eine andere Schale? Ja, es steht dort, man muss etwas, die Eier oder irgendwas. Ich komme sofort zu dir. Ich finde den Michael einen sehr schlechten Lehrer und ich habe nicht die Absicht, meine Zeit mit jemandem zu verbringen, der mir die Sachen so beibringt, dass ich sie nicht kann. Es ist wie in der Ehe. Zu einer Krise im Ausbildungsverhältnis gehören immer zwei. Frau Kaufmann, kann ich dir helfen? Ich habe jetzt die Schüssel gesucht. Du brauchst keine, du nimmst den Topf. Also, wo ist es getippt? Ich kann die Schrift. Nein, die Schrift, das ist das Rezept, was du nimmst. Kein anderes. Okay. Das ist das Rezept für den Look-Tech, was du nimmst. Kein anderes. Ja. Okay? Das heißt, du machst dir ein dreifaches Rezept. Okay. Du kippst alles hier rein, außer Ei und Butter. Ja. Außer Ei und Butter, alles rein. Okay. Ich hole noch die Sachen, die fehlen. Genau. Ich bin hier, um Lebenszeit zu gewinnen, nicht zu verlieren. Ich will meine Zeit auffüllen und bereichern. Und wenn jemand es absaugt, mit Ungedeut, fahrkämmen. Einfach reinkippen, dann haben Sie hier Lust. Ja, ich will beslissen, wie viel es ist. Also, so kann ich nicht arbeiten. So können Sie nicht arbeiten. Ich gehe. Ja? Wieso? Ich habe keine Lust, gehepst zu werden. Das mache ich alles falsch. Nein, aber wir müssen das... Nein. Das ist mir völlig egal. Ich habe Verständnis fürs Alter, definitiv. Aber wie der Chef schon meinte, wenn es halt nicht funktioniert, dann muss man die Sachen packen und gehen. Christine will ihren Entschluss im Weinkeller bekannt geben. Aber der ist gerade besetzt. Christine. Ich wollte nur sagen, dass ich... Ich will nicht gehetzt werden. Ich höre jetzt auf. Das wollte ich nur Bescheid sagen. Und ich komme zu dir oder ich komme getrennt. Whatever. Ich wollte auch mal ganz kurz... Ich wollte auch mal ganz kurz noch meinen Satz zu Hände sagen. Wenn ich darf. Ich wollte nur... Christine. Ich habe dir den Platz schon mal warm gepupst. Ich kann nichts lernen, wenn ich gehetzt werde. Und der Michael hetzt mich und deswegen soll er es selber machen. Ich höre auf. Also das geht so weit. Die Nackenschmerzen gehen noch, aber das geht nicht. Ich muss langsam lernen. Ich kann nicht schnell lernen. Ich werde dieses zu Ende machen, wenn ich das alleine mal ausprobieren kann. Aber ich brauche meine Zeit. Also ich brauche... Wenn es eine halbe Stunde ist ungestört, das ist mehr als eine Stunde gestört. Christine schüttet ihr Herz aus. Nils dämmert es langsam, dass er wohl doch wieder arbeiten muss.